Kannst du dich noch erinnern? In einem vorangegangenen Video habe ich dir die differenzierende Zuschlagskalkulation gezeigt. In diesem Beispiel haben wir für einen Kunden 100 Stück Sonnenschirme das Modell Sun kalkuliert. Im Zuge dessen haben wir aus den Einzel- und Gemeinkosten, der Kostenstellen, Material und Fertigung die Herstellkosten ermittelt. Nach Aufschlag der Verwaltungs- und der Vertriebsgemeinkosten haben wir die Selbstkosten ermittelt und zu guter Letzt haben wir noch 20% Gewinn aufgeschlagen und sind so zum Nettoverkaufspreis pro Stück beziehungsweise zum Gesamtpreis für die geforderten 100 Stück gekommen. Du hast das Video noch nicht gesehen oder du kannst dich nicht mehr daran erinnern, dann schau dir das Video jetzt bitte unbedingt an, denn das heutige Video ist die Fortsetzung dieses Beispiels. Mit dem Link hier oben kannst du direkt zum Video. Nun aber wieder zurück zu unserem Beispiel. Wie gesagt, mit dem Angebot in Höhe von 11.310,50 Euro für die 100 Stück Modell Sun sind wir in der Folge nun zum Kunden gegangen. Der Kunde hat das Angebot akzeptiert und wir haben in der Folge die Produktion gestartet. Nachdem wir die Sonnenschirme an den Kunden ausgeliefert haben, müssen wir nun eine sogenannte Nachkalkulation durchführen. Wir haben ja es beim Angebot mit Planzahlen zu tun gehabt. Nun haben wir die tatsächlichen Kosten für die Produktion vorliegen und können somit eine Nachkalkulation durchführen. Auch werden wir dabei kontrollieren, ob wir es geschafft haben, die 20% Gewinnmarge zu erreichen, die wir ja ursprünglich für diesen Auftrag geplant haben. Ich habe in meinem Excel-Sheet nun runtergescrollt bis zu den Daten der Nachkalkulation. Schauen wir uns dies einmal gemeinsam an. Diese Daten beziehen sich nun auf die Gesamtmenge, also auf die ganzen 100 Stück des Sonnenschirms Sun. Wir hatten tatsächlich einen Materialverbrauch von in Summe 1310 Euro. In der Fertigung A sind Kosten von 1200 Euro angefallen, in der Fertigung B 720 Euro. Gegeben sind auch die tatsächlichen Gemeinkostenzuschlagsätze, die wir nun nach Erfolg der Produktion exakt vorliegen haben. Diese Werte weichen natürlich von den Planzahlen ab. Denn, wie gesagt, es handelte sich ja um Planzahlen und nun haben wir die endgültigen Werte vorliegen. Was ist nun unsere Aufgabe? Nun ja, wir müssen zum einen eben die Nachkalkulation für die Gesamtmenge erstellen und in der Folge auch den tatsächlich erzielten Gewinn uns berechnen. Dieser wird ja gegenüber der Angebotskalkulation abweichen. Ob nach oben oder nach unten, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dazu müssen wir erst die Nachkalkulation mit den neuen Werten durchführen. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Schema der Angebotskalkulation einfach hier runter kopiert, in Nachkalkulation umbenannt, die Daten daraus gelöscht und die Positionen, die nun speziell ergänzt werden müssen, färbig markiert. Was sofort auffällt, wir finden den Betrag von 11.310,50 Euro, sowohl in der Angebotskalkulation, wie auch in der Nachkalkulation. Warum ist das so? Ganz klar, wir haben dem Kunden ja gesagt, die 100 Stück Sonnenschirme, die bekommst du für die 11.310,50 Euro. Wir haben uns also vertraglich dazu verpflichtet, dem Kunden die Sonnenschirme zu diesem Preis zu liefern. So, nun lasst uns aber die Nachkalkulation durchführen. Fertigungsmaterialverbrauch 1.310 Euro. Der dazugehörige Gemeinkostenzuschlagsatz, der beläuft sich laut Angabe auf 21,5%. Wenn ich dies nun multipliziere, also 1.310 mal 21,5%, dann ergibt dies Gemeinkosten in Höhe von 281,65 Euro. Beachte wieder, ich habe dieses Feld als Prozentfeld formatiert. Bist du mit dem Taschenrechner unterwegs, dann rechne 1.310 mal 21,5 durch 100. Fertigungslöhne A. Einzelkosten sind angefallen in Höhe von 1.200 Euro. Der dazugehörige Gemeinkostenzuschlagsatz, der beleuchtet sich auf 218% und und damit auf exakt 2.616 Euro an Gemeinkosten. In der Fertigung B sind Löhne in Höhe von 720 Euro angefallen, dies bei einem Gemeinkostenzuschlagsatz von 238%. Dies ergibt Gemeinkosten in der Fertigung B von 1713,60 Euro. Wenn ich nun diesen Block addiere, so gelange ich zu Herstellkosten in Höhe von 7841,25 Euro. Nun fehlen noch die Gemeinkosten für Verwaltung und Vertrieb. Die Zuschlagsätze laut Nachkalkulation belaufen sich auf 9,2% für die Verwaltung und 11,8% für den Vertrieb. Als Basis für beide dienen, wie bereits oben erwähnt, die Herstellkosten. Daher 7841,25 mal 9,2% und ganz wichtig, dieselbe Basis verwenden, also wieder die 7841,25 mal den 11,8%. In Summe ergibt dies Selbstkosten in Höhe von 9487,91 Euro. So, nun wird es spannend, denn nun können wir sehen, ob wir nun tatsächlich einen Gewinn gemacht haben oder nicht. Und ja, wir haben einen Gewinn erzielt, denn der Nettoverkaufspreis, der belief sich ja auf 11.310,50 Euro und die Selbstkosten lediglich auf 9487,91 Euro. Die Differenz, das ist unser Gewinn und wenn ich jetzt den Nettoverkaufspreis für die Gesamtmenge minus den errechneten Selbstkosten rechne, dann komme ich zu einem Gewinn von 1822,59 Euro für die Gesamtmenge von 100 Sonnenschirmen. Wie du den Daten der Angebotskalkulation entnehmen kannst, war es unser Ziel, einen Gewinn von 20% der Selbstkosten zu erzielen. Doch haben wir dieses Ziel auch erreicht? Das müssen wir uns jetzt noch berechnen. Dies geht ganz einfach. Ich formatiere dieses Feld als Prozentfeld und rechne Gewinn durch Selbstkosten. Es ergibt sich ein Wert von 19,2%. Das heißt, bedingt durch höhere Kosten haben wir unser Gewinnziel einer Marge von 20% nicht ganz erreicht. Dennoch können wir, so denke ich, mit einer Gewinnmarge von 19,2 und einem Gewinn in Euro ausgedrückt von 1822,59 Euro doch zufrieden sein. Wie du siehst, beruht eine Angebotskalkulation auf zu diesem Zeitpunkt aktuellen Preisdaten, was Marktpreise betrifft und historischen Erfahrungswerten, was Kostenschätzungen betrifft. Du siehst aber auch, dass sich im Zeitablauf und im Zuge der Produktion durchaus Veränderungen auf der Kostenseite ergeben können. Und diese Abweichungen auf der Kostenseite wirken sich natürlich unmittelbar auf unseren Gewinn aus. In unserem Beispiel ist die Abweichung zwischen Angebotskalkulation und Nachkalkulation mit 0,8% sehr gering. Es kann aber auch durchaus vorkommen, dass das Unternehmen im Zuge von stark steigenden Material und Produktionskosten bei diesem Auftrag plötzlich einen Verlust schreibt. Das heißt, die Kosten zehren den geplanten Gewinn völlig auf und das Unternehmen zahlt bei diesem Auftrag sogar drauf. Das ist natürlich dann sehr ärgerlich. Man sollte daher Angebotskalkulationen derart gestalten, dass immer ein gewisser Risikopuffer in der Kalkulation enthalten ist. Ein starker Wettbewerb am Markt verhindert dies allerdings allzu oft und lässt die Unternehmen mit nur kleinen Gewinnmargen kalkulieren. Dann ist natürlich auch der Risikopuffer bei derartigen Preisschocks, die ich angesprochen habe, gering. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Beispiels angekommen. Ich bedanke mich, dass du eingeschaltet hast und dass du auch wieder bis hierher durchgehalten hast. Du weißt, auf meinem Kanal finden sich eine Reihe von Videos zur Kostenrechnung und zu vielen anderen Themen. Ich verlinke dir die Playlist Kostenrechnung hier oben rechts in der Shownote. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem oder anderen Themengebieten hast, so pack mir dies bitte gerne in die Kommentare. Für heute sage ich Ciao und bis zum nächsten Mal.